Hallöchen an alle Minecraft-Freunde und ich möchte euch heute einfach mal eine weitere neue Mob Art zeigen bei 1.8. Es gibt nämlich nicht nur den Enderman als neues Feature. Ich spiele hier die Pre von 1.8, die ist ja schon von Notch rausgegeben worden. Und da gibt es hier hinter dieser komischen Tür eine neue Art von Spinnen und dazu auch einen Spawner hier. Und zwar gibt es hier Spinnen, die einmal ein Feld groß sind und die einen vergiften. Wow, erschrocken. Die einen vergiften können. Sie hat mich einmal getroffen, ich bin jetzt erstmal tausend Jahre vergiftet und hoffen wir, dass ihr dann irgendwann mal rauskommt, damit ihr sie auch sehen könnt. Da sind sie, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh ja, übertreibt es halt. Uh, na toll. Na, 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 na. Ich renne einfach mal um mein Leben und... Oh, schade. Ja, da kann man nur sagen, die hat man etwas unterschätzt. Haha.